Wir bringen in diesem Buch die Audio dabei. Sommi, Sommi. Pische, pische Landeskarte. Ja, ne, da war es so laut. Weiter wie bisher? Jetzt Kurswechsel für Südtirol. Ich will eine Visite im Krankenhaus in wenigen Wochen. Nicht in Monaten. Und nicht privat bezahlen. Ich will, dass unsere Heimat nicht weiter verkauft und unsere Landschaft geschützt wird. Die im Kahn, unverkäuflich, wie die Heimat. Ich möchte angemessene Löhne. Ein massives Wohnbauprogramm, insbesondere für den Mietmarkt, für ein Südtirol, das ich mir wieder leisten kann. Ich will, dass wieder zählt, was du kannst und nicht wen du kennst. Ich will mit dem Lobby-System SVP abfahren. Team K, eine Stimme für jene ohne Lobby. Jetzt Kurswechsel für Südtirol. Noch nie waren wir so nahe dran. Für dein Südtirol. Deine Stimme macht es möglich. Team K am 22.10.